Für was haben die sich als Jugendliche oder Jugendlicher engagiert? Ja, ich selber komme ja von der Fahrtfinderschaft, von der Gehauksfahrtfinderschaft. Ich habe in BILG, im Stamm Winfried, über 15 Jahre lang den Stamm geleitet. Davor war ich natürlich Rover, ich war Fahrtfinder, Jungfahrtfinder, Würfling. Daher kommt meine Soziation. Ich habe mich also immer schon früh eingesetzt und für Gerechtigkeit und für die Rechte von Kindern und Jugendlichen gekämpft. Heute im Parlament, damals verbandspolitisch. Wo in Ihrem Programm merkt man, dass Jugendliche Ihrer Partei wichtig sind? Naja, man merkt es daran, dass wir für die Kinderrechteaufnahme im Grundgesetz sind und dafür sind, dass es den eigenständigen Jugendberiff gibt. Also dafür sorgen, dass Jugendringe, aber auch Jugendverbände eine besondere Stellung bekommen innerhalb der Landschaft. Sie sind nämlich nicht nur Bildungsorte, sie sind vor allen Dingen Orte des Zusammentreffens. Und damit bilden sie eine eigenständige Einheit und die muss unterstützt werden. Wie gesagt, ich selber bin als Fahrtfinder derjenige, der es am ehesten beurteilen kann. Welchen Aspekt des Klimaschutzes, den Ihre Partei verpennt hat, möchten Sie im Bundestag als erstes angehen? Also meine Partei hat nichts verpennt, meine Fraktion auch nicht. Ich selber bin Energiepolitiker, Wirtschaftspolitiker und ganz nah an der Front. Wir verhandeln gerade noch in den letzten Zügen Energiewirtschaftsgesetz, Erneuerbare-Energien-Gesetz. Was wir machen müssen ist, wir müssen diejenigen, die heute noch auf der Bremse stehen, davon überzeugen, dass wir mehr Wind-, Sonne-, Biomassenausbau brauchen. Wenn wir in eine nachhaltige Zukunft hinein wollen, ist das die Kernaufgabe. Und dann alles andere ergibt sich dann daraus. Und da gibt es leider noch Hemmnisse und Widerstände, die sind aber auch in der Bevölkerung da. Das heißt, wir werden viel moderieren müssen und deswegen nichts verpennt, sondern diejenigen, die verpennt haben, sind andere. Bildung, Arbeitsmarkt, bezahlbarer Wohnraum. Wie kann Ihre Partei die gleichen Chancen und Zugänge für alle Menschen garantieren? Ganz wichtige Frage. Lara sehe ich hier. Danke, dass du die so stellst. Ich selber war, als ich noch im Stadtrat war, 2009 bis 2013, also vor meiner Zeit im Bundestag, der wohnungspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion und habe diese Themen weit nach vorne getrieben. Dass wir heute ein Auszubildendenwerk in Düsseldorf haben, also Wohnungen für Auszubildende, das liegt daran, dass ich damals schon gekämpft habe dafür, dass es Realität wurde. Wir brauchen Zugänge, weil die Tatsache, dass man in Düsseldorf kaum noch bezahlbar wohnen kann, behindert die Menschen. Und Menschen dürfen nicht behindert werden. Sie müssen ein Recht haben, in der Stadt zu leben und zu wohnen. Und ich sage auch, auch Jugendliche müssen das Recht haben, aus der elterlichen Wohnung ausziehen zu dürfen und in ihrer Heimatstadt Wohnraum zu finden. Dafür werde ich weiterhin kämpfen. Das ist eine der Kernaufgaben, die ich mir selber in meiner Politik stelle und die auch meine Partei so formuliert hat. Stichwort Wahlalter. Ab welchem Alter sollten Menschen bei der Bundestagswahl ihre Stimme abgeben dürfen und warum? Ab 16. Ich glaube, dass es richtig ist, dass wir jungen Menschen eine Stimme geben müssen. Eine eigene Stimme, eine eigene politische Stimme. Und das in der Demokratie das Wahlrecht. Deswegen Wahlalter 16 für Bundestagswahlen. Zurück Die Tür Blood